ich habe mir ein grundstück anguckt weil ich in immobilien etc investieren möchte die preise in berlin sind der absolute wahnsinn ich weiß auch münchen hamburg köln also die großstädte generell das ist ja völlig verrückt das ist völlig verrückt ich gucke mir ein grundstück an okay in einer guten gegend von berlin 1000 quadratmeter das kostet 1,7 millionen nur das grundstück ich glaube ist man kann das ist so schlimm man kann gar nichts mehr investieren nicht darin falls jetzt alle denken also es ist verrückt es ist verrückt es ist so krass ich rede mit meinem vater darüber früher hast du hier wohnungen richtig gute wohnungen kannst du dir für 200.000 kaufen das geht gar nicht mehr grundstücke kannst du dir kaufen für zwei 300.000 in guten gegenden das geht alles gar nicht mehr ist schlimm mit dem Untertitelung des ZDF, 2020